so herzlich willkommen zu mini war und ja wir sind letzte folge hier stehen geblieben mit traurig 32 wieder ja da sind wir hier stehen geblieben in dieser dieser kleinen höhle hier also einen kleinen tunnel hier den wir gerade wohl um die erst zu finden weil wir brauchen noch ein paar weil er noch kein schwert hat aber ich würde eher frust und gehen anstatt auch gleich gekippt beim extra gerade ein bisschen gewartet wo bist du jetzt hingerannt ich bin mal dem wasserseer auch so der lava das ist doch schon mal etwas wenn er da was das deutet darauf hin dass da vielleicht die aus sind welcher höhe sind wir alles klar dachte das eigentlich ein laufende alleine drauf weiß ich nicht verwertet geschrieben dass er noch eine folge hinterher ist der geht der geht sofort wieder drauf ich glaube dass das erlaubt ist weiß auch nicht also wir haben jetzt gewartet sogar bis der bis er gekickt wird ihr müsst wissen wir produzieren die folge war vorwahl weil wir alle zeit der welt haben hier ist die lava wo bei mir da unten müssen der sein als wir müssen die erst okay es war um es hier schon wieder lava so 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 wir müssen uns auch mal in die seite bullen kannst du glauben hier ich sehe es schon kaum ich falle noch irgendwann die laba wasser zu kein wasser einmal ich habe ich habe ich habe aber nur ein eimer wir sind jedoch doch ich habe doch ich höre ich höre gerade gar keine über uns ist wasser das ist schon mal schlecht wie für zombies wo kommen wir da raus hier war schon einer oder wie das war nicht wir das heißt hier war jemand bleibt mal gespielt ich habe keinen bock auf überraschungsangriff das kommt mir nicht so geheuer vor hier wenn du sagst du warst es dann mit dem holz vielleicht war es ja auch gar der jetzt drauf ist vielleicht war es ja auch ein anderer aber das weiß man ja nie meine spitzsack ist auch gleich schon wieder kaputt was mich richtig stört das ist ja auch immer ein anderer aber nein ich bin tot setz doch wasser du idiot habe ich habe ich habe ich ich mache den da weg oh mein gott ich habe den da weg oh alter muss ich mir so einen schrecken den hier ich habe den herzen fuck bekommen dann bin ich ich habe keinen bock dann allein hier zu kämpfen gegen hunderte leute das leben ja noch schatz lebt ja auch fast jeder schaffst du schaffst ja genau es leben ja noch es leben ja fast also es leben ja noch alle fast die als irgendwo sein ich bin so oft dass wir können die als ich guck gerade hier in der stelle hier ist so eine kleine schlucht also schlucht kann man es eigentlich nicht mit scheiß creeper ne ganz ehrlich komm explodier her toll das hat dem creeper jetzt sehr viel gebracht muss ich mal ganz ehrlich sagen ich komm scheiß drauf das gold daumen jetzt kommt mich runterschießt ist hier noch mehr gold nein natürlich nicht hier sind noch zwei gold damit ich mich extra hier hochbauen muss ja ja war das muss ich jetzt mal holen auch der nächste gar so verkehrt ist doch noch irgendwas weil ich war dann wieder oben ich frage mich sowieso wer ob hier ob ihr echt jetzt jemand war weiß ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht war das wasser wo war eigentlich das loch wo wir gerade wo wir herkamen ok tot wo war das loch wo wir gerade herkamen das finden wir schon irgendwann wieder lass mal hier bauen vielleicht ist ja irgendwas dabei hier ist alles voll gravel ich hab gleich keine picke mehr ne ich hab doch eine genau eine geben ist ja lava weg die picke ja dann gib mal ja ok hab ich ja ich verstehe eh nicht warum da warum hier so wenige dias sind als ob die alles schon weg wären oder wo wie nein ich glaube ich nicht ja glaube ich jetzt auch nicht aber ist kommt mir sofort hier ist immer lava sofort deswegen sneak ich auch immer bei mir hat pech mit den jetzigen wir keine jahrlich sofort rein fliegen ich nehme mal ein bisschen redstone mit was denn das brauchst du gar nicht ne ich weiß warte mal da ist noch ein lavasee hier wo ich bin achso ist er dir das ne ich seh ich seh keine ich bin hier hinten ich guck gerade ich guck gerade also hier ist noch mehr ne sieht nicht so aus ne nichts das gibt's doch gar nicht das hier nichts ist das hier nichts ist wie viel gravel ist denn hier können die hier nette madias sein ist das von uns was ist was ist da für ein eingangs ist das von uns warte mal da ist doch schon wieder was ja die lava wo ich gerade bin es kommt mir so vor als ob es da da geht es doch noch lang irgendwie wo ist denn ja hier wo siehst du mich siehst du mich hier hinten ja ich sehe dich ich bin hingekommen hey einfach einen weg gebaut ja 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 es kommt mir hier so so merkwürdig alles vor Wasser weg Wasser still ja da kam gerade mit drauf warte geh weg das geräusch da ist dein äh du hast dein Wasser nicht eingesammelt da habe ich nein das ist hier egal da mach ich jetzt weg ich hab mal es kann doch nicht sein dass hier keine Dias sind warte ich buddel mich nochmal in die Wände durch wer weiß wer weiß man weiß ja nie nee ne 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 auf welcher höhe sind war ich eigentlich schon wie viel lava ist hier die spitzag ist schon wieder gleich kaputt das ok ok das ist das eigentlich das zu grau brachten wir doch eigentlich nur für den zaubertisch machen wollen ja brauchen wir jetzt eigentlich auch fast hier wie ich hab hier das gehen wollen ich eigentlich auch nicht verkehrt ja aber das haben wir jetzt leider oben irgendwo vergessen also in unserer beiden höhle und das meine spitzer geld kaputt egal ich habe noch was dabei wie man ein zaubertisch stelle mal kurz machen wir mal effizienz 1 drauf das kann paula wird eigentlich nicht unbedingt oder mitgenommen ja ich habe jetzt 19 immer noch nix nix in sicht bei dir sei ich noch allerdings jetzt hier ein bisschen nix in sicht bei dir ist das die schwarze wir wollen neue höhle suchen wir wollen über feste gehen guck ich eigentlich hier was wie kannst du ja jetzt eine aufnahme dann so wenig aus der muss gekriegt werden das aber mal ein paar tiere töten für hühner finden und für federn ich muss mir dann auch noch ein bogen mann was ist aber ganz kaputt ja deswegen ja erfolge noch hoch zu gehen ja hoffe ich mal wie hoch wir schon sind ich habe ich habe noch gold kommt mir mal die oberfläche die muss dann langsam kommen gleich kommt so immer auf wird an 60 jetzt für die 50 50 50 der scharfen prüfen da vorne da vorne sind so viele kürbis aber die bringen uns nix und ich nicht das portal da ich habe die wände ist ein bisschen höher als okay wir nehmen jetzt noch glaube ich noch eine folge auf ja wenn es geht oder kurz ja wenn es überhaupt geht okay aber ich sagen ja egal da würde ich erst mal sagen bis zum nächsten mal